Martinus Lunter war ein Christ, ein glaubensstarke Mann. Weil heute sein Geburtstag ist, zönt ich ein Lichtlein an und singt ein Lied nach altem Buch aus voller Brust heraus. So singend zog Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Und als geworden er ein Mann, er ein helles Licht, dies deutet auch mein Lichtlein an, weil es die Nacht durchbricht. Johan Matthias